Servus! Schön, dass er uns begleitet. Heute geht's nach Elmau an den wilden Kaiser. Kommt mit! Und wie ich dich kenne, mit Fassrolle durchs Elmauer Tor. Ich freue mich! Ich mich auch! Grüß Gott! Grüß Gott! Servus! Fünf, bitte! Okay! Ich war jetzt neu studiert. Vorher gehört Spherikost. 19 Jahre und Spherikost. Ich bin nicht schuld! Nicht schlagen! Nein! Wir gehen jetzt zum Elmauer Tor. Gute Fahrt! Servus! Servus! Nummer 2 Untertitelung des ZDF, 2020 So, es kann losgehen. Fußweg circa zweieinhalb Stunden. Kommt mit! So, es kann losgehen. Oh ja, das ist der Weg. So, es kann losgehen. 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 Lacht in Jörg